Hallo und herzlich willkommen bei 1. Medizin – Wissen, was im Körper abgeht. Heute befassen wir uns mit der Anatomie und Funktion des schwersten Organs im menschlichen Körper. Mit ungefähr 1,5 Kilogramm und seiner Funktion als zentrales Stoffwechselorgan ist es die größte Drüse, die Leber. Sie liegt im rechten Oberbauch und ist fast komplett mit Bauchfell überzogen, also intraperitoneal. Zunächst der Aufbau der Leber. Dabei gibt es zwei verschiedene Arten des Aufbaus, der morphologische, also nach Form bzw. Struktur, und der funktionelle. Zunächst beschäftigen wir uns mit dem morphologischen Aufbau. Die Leber besitzt eine äußere, derbe Hülle. Diese wird Glissonkapsel genannt. Aus dieser gehen Bindegewebsepten ins Innere der Leber und teilen sie damit in vier Leberlappen ein. Auf der Vorderseite des Organs kann man zwei dieser Leberlappen entdecken. Den rechten Leberlappen, Lobus Hepatis Dexter, und der linke Leberlappen, Lobus Hepatis Sinister. Diese zwei Lappen werden vom sichelförmigen Band, dem Ligamentum, falls die Forme getrennt. Um die anderen beiden Lappen zu entdecken, muss man sich die Rückseite der Leber anschauen. Hier noch einmal der rechte und der linke Leberlappen. Von hier unten sichtbar ist der Lobus Quadratus, der quadratische Leberlappen, und der Lobus Kaudatus, der geschwänzte Leberlappen, welche durch weitere Ligamente abgegrenzt werden. Das war die morphologische Einteilung. Bei der funktionellen Einteilung wird die Leber in acht Segmente unterteilt. Doch um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst den Leberchilos anschauen. Dieser Chilos befindet sich genau hier, zwischen Lobus Kaudatus und Lobus Quadratus, und gewährleistet, dass Gefäße in die Leber ein- und austreten können. Hier treten drei wichtige Gefäße ein. Die Pfortader, welche das Blut und Nährstoffe vom Magen, Darm, Pankreas und Milz trägt. Die Leberarterie, Arteria hepatica propria, und dem Gallengang, Ductus hepaticus communis. Diese drei Gefäße verlaufen gemeinsam und verzweigen sich immer weiter in verschiedene Äste, die jeweils einen Bereich der Leber versorgen. Diese Bereiche sind die vorhin erwähnten acht Segmente. Segment 1 ist der Lobus Kaudatus, dann weiter Segment 2, 3 und 4, wobei dieser dem Lobus Quadratus entspricht, dann weiter bis zum achten Segment. Gut, das waren der morphologische und funktionelle Aufbau der Leber. Wie vorhin schon erwähnt, teilen sich die Pfortader, Arterie und Gallengang immer weiter auf. Diese verzweigen sich so weit, bis sie ihre kleinste funktionelle Einheit erreichen. Dabei müssen wir auf die Zellebene gehen. Die kleinste funktionelle Einheit der Leber sind die Leberzellen, auch Hepatozyten genannt. Mehrere von diesen bilden die Leberläppchen, welche die Form eines Vielecks haben. An jeder Ecke, wo sich die Läppchen berühren, sind diese Gefäße zu finden. Diesen Bereich nennt man Periportalfeld. Der Zusammenschluss von Arterie, Pfortader und Gallengang nennt sich Portalistria oder Glyssondria. In der Mitte der Leberläppchen befindet sich die Zentralvene. Zwischen dieser und den Glyssondrias findet ein Stoffaustausch an den Sinusoiden statt. Später schließen sich die Zentralvenen jedes Läppchens zusammen zur Lebervene. Diese geht in die untere Hohlvene über, welche das Blut direkt ins Herz bringt. So wird alles, was wir über Nahrung aufnehmen, durch die Pfortader zur Leber gebracht und dort erst einmal bearbeitet. Deshalb kann die Leber als erste Barriere gesehen werden. Das führt uns zur Funktion der Leber. In der Leber findet Fett- und Eiweißstoffwechsel statt zur Energiegewinnung. Sie speichert Glucose zu Glykogen und kann dies bei niedrigem Blutzucker wieder ans Blut freigeben. Des Weiteren die Speicherung von Vitaminen und Mineralien, Produktion von Eiweißen wie Albumin, Produktion von Gallensäure, Cholesterin und Vitamin K zur Blutgerinnung. Zuletzt noch der Abbau von roten Blutkörperchen. Hier noch alle wichtigen Vokabeln zum Thema Leber. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020